Checkt meinen Sponsor Gold an für die günstigsten und schnellsten Energyl-Coins ab. Den Link dazu via Galerabakopp befinden Sie sich in der Videobeschreibung. Ciao zusammen und willkommen zu Energyl 17. Penalti schiessen HC Davos gegen SC Bern. Du fragst jetzt, hä? Penalti schiessen? Wieso kommt jetzt auch nicht die neue Saison mit der Schweizer Nationalmannschaft? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Antwort auf das erfährst du jetzt in diesem Video. Ebenfalls erfährst du auch noch betreffend Energyl-Videos am Freitag, wie das hier weitergehen wird. Also zeig dir das ganze Video rein. Es ist ein ganz kurzes Video. Und wie es so kurz sein, starten wir jetzt direkt mit Penalti schiessen. Also ab geht's! Die Penalti schiessen kann schnell vorbei gehen. Darum fahre ich direkt an mit diesen Punkten, die ich ansprechen will. Der erste Punkt hier geht es um die Saison mit der Schweizer Nationalmannschaft. Das wird sicher eine geile Saison. Ich freue mich schon richtig drauf. Nicht so wie auf das Gegagoal, wo ich mich überhaupt nicht freue. Aber ich freue mich wirklich auf diese Saison. Wir bestehen die logisch mit der Schweizer Nationalmannschaft. Die Frage ist aber, welche anderen Nationen sind auch in dieser Saison dabei? Klar, die grossen wie Schweden, Kanada, USA, Tschechen etc. sind natürlich dabei. Es gibt aber mehr Nationalmannschaften als Plätze für diese Saison. Und ich frage euch jetzt, welche anderen Nationalteams sollen mit dabei sein in dieser Saison? Schreibt also jetzt zu diesem Video unten in den Kommentar, das ist sehr wichtig, dass sie das herrschreiben, Hashtag Saison und dann den Namen des entsprechenden Land, das dabei sein soll. Das ist sehr wichtig, dass sie das herrschreiben. Hashtag Saison und dann den Namen des Nationalteams. Wieso ist das wichtig? Das ist wichtig wegen dem zweiten Punkt. Denn für all die, die das Video vom Freitag gesehen haben, da haben wir ja entschieden, bzw. habe ich euch informiert, wie es weitergeht mit dem Freitagsvideo. Da kommt jetzt ein Neues, also es ist etwas Alts, aber kommt die zweite Auflage, und zwar von den Crazy Playoffs 2.0 startet dann am Freitag. Dass wir es heute eigentlich schon den Freitag hoffentlich starten, damit es keine Startups sind, ihr wieder auch gefragt. Und für das brauchen wir ja Teams, die wir vorschlagen haben in den Crazy Playoffs, und das müssen wir ihr vorschlagen. Wir schreiben also also zu diesem Video unten her an, Hashtag Crazy und der Name des Nationalteams, wo es in den Playoffs dabei sein soll. Und genau weil auch Nationalmannschaften ausgewählt werden können, ist es sehr wichtig, dass ihr eben herrschreiben Hashtag Crazy für Crazy Playoffs und Hashtag Saison für Saison, weil ja auch in beiden Nationalmannschaften vorkommen können. Das ist somit sehr, sehr wichtig. Und bei den Crazy Playoffs ist es auch noch wichtig, dass ihr diesem Team einen Like geben, mit dem ich dann für euch oder mit euch zusammen spielen soll. Das ist sehr wichtig und genau so wichtig wäre, wenn wir jetzt noch die nächsten beiden Penaltys verwerten und keinmal gesehen, um das vielleicht noch gewinnen zu können. Oh mein Gott, das wird ja noch spannender, was ich da gedacht habe. Aber Penalt schiessen ist nicht so mein Ding. Ja, nochmal kurz zu dem zurück. Wirklich herrschreiben oder liken für das Team, das er ist. Und dann gibt es wirklich schon ein bestimmtes Team, das raussticht. Und sonst wird es dann ein entsprechendes Abstimmungsvideo nochmals geben. Und da machen wir noch ein wichtiges Goal. Ich habe natürlich die Regeln rausgenommen. Darum geht es mit dem Retourlaufen. Da kann man geilere Goalschiessen. So, das war es eigentlich schon von den zwei Punkten, die sehr wichtig sind, damit es überhaupt mit NHL17 hier auf meinem Kanal weitergehen kann. Also sind aktiv mit euren Stimmen, mit euren Vorschlägen. Nur so können wir dann auch wirklich das Ganze weiter führen. Oh, schöner Safe. Und wenn wir jetzt das machen, dann geht es weiter in Penaltyschüsse. Und ich widme mich jetzt komplett dem entsprechenden Penalty. Ja, NEIN! NEIN! So geil wäre das gemacht. Sie aber gut entladen. Somit war es das mit dem ganzen Video. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Wenn das der Fall ist, geben wir einem Video einen Daumen nach oben. Wir sind bereits am Ende. Ich danke euch allen für's Zuschauen und wünsche euch somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!